Ja, halli hallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in Version 10.1.7. Wir haben hier die Dracheninseln, sind in den Ebenen von Onara. Hier sind wir gerade interessiert, aber eigentlich gar nicht, dass wir hier sind. Uns fliegt hier die ganze Zeit Eroki nebenbei mal umher, Botenadler mit Ruf der Ebenen. Sprecht mit Hadari Khan auf den Ebenen von Onara. 2 Gold 80, 90 Kupfer, wir nehmen die Quest an. Und das heißt, wir müssen da drüben hin. So, und hier ist der Hadari. Und wir geben die Quest, Ruf der Ebenen ab, bekommen das Gold. Und damit sage ich, danke fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Tschaui.